Christian Mikulajczak ist ein deutscher Fußballspieler. Mikulajczak ist Mittelfeldspieler und Linksfüßer, weswegen er meist auf der linken Spielfeldseite agiert. Karriere Christian Mikulajczak wuchs in Essen auf. Seine ersten Mannschaften in der Jugend waren die dortigen Vereine Wackerstele und FC Krei. Bevor er 1992 in die Jugendmannschaft vom FC Schalke 04 wechselte. Er war außerdem in der deutschen U18-Nationalmannschaft aktiv, mit der er an der U18-Europameisterschaft 2000 in Irland teilnahm. Zur Saison 2001 rückte er in die erste Mannschaft des FC Schalke 04 auf, für die er in seinem ersten Profi-Jahr 13 Ligaspiele bestritt. Deutscher Vizemeister wurde und den DFB-Pokal gewann. Nach dem Saisonende wurde er zum damaligen Zweitligisten Hannover 96 ausgeliehen. Für Hannover bestritt Mikulajczak in der folgenden Saison 2001 0-2-1-7 Zweitligaspiele und erzielte dabei sein erstes Ligator im Profibereich. Er kam über die Rolle eines Reservisten nicht hinaus. Nachdem er nach dem Saisonende nicht mehr weiter an Hannover verliehen wurde, löste er seinen Vertrag beim FC Schalke 04 auf. Da er dort keine Perspektive für sich sah und wechselte ablösefrei zu LR ein, bei dem heutigen Rot-Weiß-Aalen spielte er die nächsten drei Spielzeiten. Er wurde bei allen insgesamt 74 Mal in der Zweite Bundesliga eingesetzt. Dabei erzielte er sechs Tore, darunter im letzten Spiel der Saison 2004 0-5 beim TSV 1860 München das letzte Tor zum 4-3-Sieg, der allen vor dem Abstieg bewahrte. 2005 wechselte er zu dem Liga-Konkurrenten FC Leerzgebirge Aue, bei dem er die Saison 2005 0-6 spielte und 16 Mal zum Einsatz kam. Nach dem Saisonende einigte er sich mit dem FC Leerzgebirge auf die Auflösung seines bis zum 30. Juli 2007 datierten Vertrages und unterschrieb kurze Zeit später bei dem Regionalliga-Verein Holstein Kiel. 2007 wechselte Mikolajczak zum FSV Frankfurt. Dort unterschrieb er einen Zweijahresvertrag. Zur Saison 2019 kehrte er zu Rot-Weiß-Aalen zurück. Jedoch wurde er in der Winterpause wieder aussortiert und wechselte anschließend zu Dynamo Dresden, wo sein Vertrag nicht verlängert wurde. Nachdem Mikolajczak einige Zeit vereinslos war, unterzeichnete er im September 2010 einen Einjahresvertrag bei der SV Elversberg. Nach Ablauf seines Vertrages in Elversberg war er ein halbes Jahr vereinslos und unterschrieb im Januar 2012 einen Vertrag bei der SSV G. Felbert. Am 6. Januar 2013 verließ er Felbert und unterzeichnete einen Vertrag beim oberligisten SV Hörnippel-Niedermörmter. Im Sommer 2015 wechselte Mikolajczak zum Müllheimer Landesligisten VfB Spelldorf. Da er in Duisburg wohnt und in Oberhausen als Feuerwehrmann arbeitet, habe er nun kürzere Wege zu fahren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020